Mein Name ist Johannes Duschl und ich bin Physiotherapeut in der Asklepios Klinik in Schaufling. Wenn Sie bei uns zur Reha waren, haben Sie die Möglichkeit im Anschluss das Casper Nachsorgeprogramm zu machen. Die Voraussetzung ist, dass Sie die Reha bei uns im Haus absolviert haben. Wenn Sie in einer anderen Klinik waren oder auch bei uns, können Sie das IRENA Nachsorgeprogramm machen und sich für unsere Klinik entscheiden. Wenn Sie vor einem Hausarzt oder von einem Orthopäden ein Rezept haben, dann können Sie mit Physiotherapie, physikalischer Therapie, Ergotherapie oder auch in der Logopädie zu uns kommen.